Günther Jauch hütet sein Privatleben wie ein Schatz. Nicht viel ist über seine Ehe bekannt. Seine Frau Dorothea und er zeigen sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Hängt jetzt etwa der Haussegen schief? Der Fernsehmoderator spricht jetzt von Scheidung. Sein Privatleben hält Günther Jauch, 67, lieber geheim. Seit 2006 ist der Fernsehmoderator mit Ehefrau Dorothea Sieler verheiratet. Doch in der Öffentlichkeit zeigen sich die beiden nur selten zusammen. Hin und wieder sieht man sie gemeinsam auf dem roten Teppich. Auch seine vier Töchter hält der 67-Jährige so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Man könnte meinen, nach so vielen Jahren kommt nichts zwischen die beiden Eheleute. Doch jetzt spricht der Wer wird Millionär-Moderator von Scheidung. Günther Jauch gibt mit seinem Wissen über Scheidungen an. In der ARD-Sendung 2023 das Quiz packt Günther Jauch mit seinem Wissen über Scheidungen aus. Als gefragt wird, ob er denn wisse, dass eine Ehe in Deutschland im Durchschnitt 14,5 Jahre dauert, haut der Moderator noch einen Fakt obendrauf. Und nach Weihnachten die häufigsten Scheidungsentscheidungen getroffen werden, weiß Günther Jauch. Doch mit ihm und seiner Dorothea hat das offenbar nichts zu tun. Das Ehepaar ist, hoffentlich, auch nach 17 Jahren eher glücklich wie eh und je. Und nachdem... Untertitelung des ZDF, 2020